So, meine Lieben, ich habe des Rätsels Lösung. Der Grund, warum ich diese Grafikfehler oder Pixelfehler hatte hier, gerade mit Flemme, schwarzer Mund, es tut mir wirklich leid, oder dass vorhin diese Soldaten keine Köpfe hatten oder er mit seiner Rüstung, ja. Gleich. Und hoher Grafik einstellt. Ich habe mich in meinem Haufen gesehen, sicher sehr einsam. Ihr werdet Spaß daran haben, euch nach oben zu kämpfen. Gut, das war gelogen. Es wird kein Spaß. Ich bin ja eine tolle Abenteurerin. Kaum angefangen und schon entmutigt. Danke für alles. Für eure Hilfe. Werdet ihr mich besuchen? Natürlich nicht sofort. Aber später vielleicht. Ich könnte einen Freund gebrauchen. Das würde mir gefallen, Meryl. Danke. Oh, ich bedanke mich zu viel, oder? Aber ich meine es ernst. Bräck mich am Arsch. Wieso Fenris Feindschaft 5? Äh, ja. So. Oh, hallo. Falls ihr das Problem halt auch habt... Also, falls ihr das Problem auch habt, ihr könnt in den Optionen von Dragon Age 2 unter Video, könnt ihr nämlich bei Renderer einstellen. Direkt X11 oder Direkt X9. Wenn ihr dann einfach auf Direkt X9 stellt, habt ihr keine Grafikprobleme mehr. Ja. Gut, es geht ein bisschen Grafik verloren. Viel zu tun heute, wie ich sehe. Äh, weil Direkt X11 halt besser ist, aber es geht nicht so viel vorbei. Ich bete, dass es ihr bald besser geht. Und man hat natürlich keine Probleme mehr. Ich bin nicht freiwillig zum Zirkel, aber es ist der einzige... Ich bedauere euren Verlust, Herrin. Aber ich kann eurem Sohn nur Gnade gewähren, wenn er sich ergibt. Ich versuche, ihn zu finden, aber... Die Templer können Abtrünnige nicht tolerieren. Genauso wird es Mutter ergehen, wenn wir nicht vorsichtig sind. Vermute ich richtig, dass dieser Templer nicht hier war, um eurem Sohn alles Gute zu wünschen? Ich bin Ariane. Mein junger Fainryer. Er ist alles, was ich habe. Meine ganze Familie. Als ich merkte, dass er magiebegabt ist, brachte ich es nicht über mich, ihn zum Zirkel zu schicken. Aber seine Verbindung zum Nichts... Er hat Albträume von Dämonen, deren Stimmen er hört. Lieber verliere ich ihn an den Zirkel als an sich selbst. Ist euer Sohn fortgelaufen? Er hat erfahren, dass ich Sir Thrusk verständigt habe und denkt, ich hätte sein Vertrauen missbraucht. Er glaubt, er kann frei vom Zirkel leben. Aber ich fürchte, dass er sich ohne gute Ausbildung selbst umbringen wird. Das sieht aus wie Tätowierungen der Dalish. Warum lebt ihr in der Stadt? Ich wurde bei den Dalish geboren, kam aber vorübergehend nach Kirkwall und... Turtelte mit einem menschlichen Händler, Vincenzo. Als ich schwanger wurde, wollten weder Vincenzo noch mein Stamm die Bürde eines Elf-Mensch-Mischlings tragen. Ich habe Fainriel allein großgezogen. Hier im Gesindeviertel. Erzählt mir die ganze Geschichte. Ich habe vor Jahren erfahren, dass mein Sohn wahrscheinlich magiebegabt ist. Aber wir ertrugen den Gedanken nicht, dass er in der Geidenburg eingesperrt wird. Und haben uns versteckt. Als die Albträume begannen, hat Fainriel immer noch jeden Kontakt zum Zirkel verweigert. Aber ich... Ich glaube wirklich, dass sie die einzigen sind, die sein Leben retten können. Was für Träume hat er? Er träumt von Dämonen, die ihn rufen und in ihre Welt zerren wollen. Es wird jeden Tag schwieriger, ihn zu wecken. Darum habe ich mich an den Zirkel gewandt. Sie sind die einzigen, die einen Magier vor seinen eigenen Kräften beschützen können. Ich verspreche, dass ihr euren Sohn wiedersehen werdet. Damit erweist ihr mir den größten Segen, ob nun von Erbauer oder Mensch. Ich weiß nicht, wohin Fainriel gegangen ist. Aber es gibt zwei Orte, an denen ihr mit der Suche beginnen könntet. Sir Thraska hat nach ihm gesucht. Wenn ihr ihn in der Geidenburg anspricht, kann er euch sagen, welche Bereiche er bereits abgedeckt hat. Und Fainriels Vater, Vincento, kehrte kürzlich aus Antiva zurück. Er ist Händler auf dem Unterstadt-Bazaar. Fainriel könnte ihn aufgesucht haben. Erzählt mir von diesem Templer. Ich halte ihn für einen guten Mann. Er hasst Magier nicht, versteht aber, was ich zu lange nicht begriffen habe. Selbst Magier mit besten Absichten sind Sklaven ihres schlafenden Geists. Wie es scheint, lassen sie euch also doch nicht immer einfach verschwinden. Andere Templer sind weitaus weniger mitfühlend. Ihr seid mit Fainriels Vater nicht verheiratet? Vincento wollte keine Frau oder ein Kind mit Elfenblut. Ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit ich es ihm gesagt habe. Manche Leute sind einfach nicht für ein Familienleben gemacht. Aber zumindest hat Fainriel eine Mutter, die sich um ihn sorgt. Ich habe ihm aber geschrieben und über sein Kind in Kenntnis gehalten. Fainriere wollte ihn kennenlernen. Ich lasse euch keinen Augenblick länger als nötig in Sorge. Der Junge scheint mir einen Atemzug von der Verwandlung in eine Abscheulichkeit entfernt zu sein. Schnell hin zu ihm! Danke. Ich war einsam in meinem Versteck. Es ist eine Erleichterung, sich der Sache endlich zu stellen. Seid gegrüßt! Mein Vetter sagt, er hat möglicherweise Arbeit für euch. Habe ich das nicht noch? Äh, das noch nicht. Wirklich? Ich muss sofort mit ihm reden. Vielen Dank! Ich muss sofort mit ihm reden. Ich dachte nicht, dass ihr kommt. Ich suche euch etwas Sauberes, wo ihr euch hinsetzen könnt. Etwas zu essen oder zu trinken? Ich habe Wasser. Ich bin hier, um euch zu besuchen, Meryl. Ihr müsst kein solches Aufhebens um mich machen. Ihr seid so freundlich. Mein erster Gast und schon bin ich eine grauenhafte Gastgeberin. Ich wollte euch danken, dass ihr mich hierher gebracht habt. Auch wenn ich mich noch schwer tue. Ihr seid wirklich reizend, Meryl. Nicht so reizend wie ihr. Verglichen mit dem, was ihr für mich getan habt, sind ein paar freundliche Worte wirklich ziemlich armselig. Ich hatte nie besonders viele Freunde. Nicht einmal in meinem Clan. Es ist kompliziert für mich. Wieso wart ihr bei den Dälisch so unbeliebt? Als Erste der Hüterinnen war ich immer ein wenig ausgeschlossen. Während ich Magie und unsere Geschichte gelernt habe, wurden die anderen in den Viya Tandahal ausgebildet. Es ist gut, dass ich fortgegangen bin. Ich wäre eine schreckliche Hüterin geworden. Ich bin nie besonders gut mit anderen ausgekommen. Es wird nicht mehr lange dauern, dann seid ihr das beliebteste Mädchen im Gesindeviertel. Bei Mythal, das hoffe ich nicht. Ich würde es noch schaffen, vor allem etwas Dummes zu sagen und mich zu blamieren. Danke, dass ihr mich besucht habt, Hork. Das bedeutet mir viel. Das hätte sich jetzt aber auch anders anhören können. Seid ihr das beliebteste Mädchen im ganzen Gesindeviertel? Äh, ja. Oh, sorry. Wow. So viel zu tun. So viel zu tun. Bilder sind auch anders. Hauptsächlich Brüste. Ein paar auf meine Brust tätowierte Lyriumbrüste wären dann wohl empfehlenswert. Man hilft, wo man kann. Was labern die? Grüße, Herrin. Ihr seht aus wie eine Frau, die feinste Rubin aus Antiva an ihrem zerten Hals zu schätzen weiß. Nicht wirklich. Ich bringe nur die besten Waren aus dem Norden in die freien Marschen. Eigentlich bin ich mehr an eurem Sohn interessiert. Herrin, ich bin Junggeselle. Ich habe nie eine ausreichend schöne und charmante Frau getroffen, die Vincenzo in Ketten legen konnte. Wir sollten den Tag nicht mit so schwedeln Gedanken verdüstern. Ich könnte euch meine Seide zeigen. Wir sind keine Templer, Sarah. Fanreel hat von uns nichts zu befürchten. Maldition! Ihr seid eine Magierin. Dann seid ihr bestimmt freundlich zu einem Jungen, der sich gegen die Festnahme durch die Templer wehrt. Aber natürlich. Als würde er zur Familie gehören. Der Junge steckt ganz tief drin. Also habe ich ihn zu dem einzigen Mann geschickt, der Magier nicht verachtet. Einem früheren Templer namens Samson. Ach so. Warum sollte ihm ein Templer helfen? Sein Gewissen plagt ihn, weil er den Templern zu lange gedehnt hat. Jetzt hilft er Magiern auf der Flucht. Tagsüber ist er untergetaucht. Nachts ist er in der Nähe der Dunkelstadt. Dort findet man ihn am leichtesten. Ansonsten. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ihr Elfen habt wunderschöne Augen, sogar die Männer Man möchte sie herauspflücken und an einer Halskette tragen Äh... Das solltet ihr besser nicht versuchen Boah, ich würde es auch nie versuchen Zumindest nicht ohne Grund Ah, willkommen in Sols Geschäft, werte Freundin Mein Name ist Solivitus Seht euch bitte ruhig um Verzeiht bitte, dass unsere Regale derzeit ein wenig leer sind Wenn ihr interessiert seid, könnte ich ein wenig Hilfe gebrauchen Um Abhilfe zu schaffen Abhilfe schaffen im Geschäft für Tränke? Guter Mann, ihr seid unbezahlbar Ich hatte das nicht für witzig gehalten Aber in dem Fall werde ich es wohl wiederverwenden Es ist derzeit zu gefährlich, die Stadt zu verlassen Und die Substanzen für meine Kreationen gibt es natürlich nur woanders Vielleicht könntet ihr sie für mich finden Und keine Angst Ich würde euch eure Zeit natürlich vergüten Außerdem dürftet ihr euch eine meiner neuen Kreationen aussuchen Er stellt eine Liste mit dem, was ihr braucht Und ich werde danach Ausschau halten Wunderbar Ihr erhaltet Nachlass auf alle Waren, Sarah Schön Willkommen zurück bei Sol, werter Freund Das hier gehört doch euch, wenn ich mich nicht irre Wedet nicht so dampf herum Seid ihr der Templer, der hinter dem jungen Fainwiel her ist? Ich wusste gar nicht, dass sein Name so bekannt ist Und ich wusste nicht, dass wir ihn ausgerechnet einem Templer verraten würden Vielleicht kennt euer Freund ihn aus dem Gesindeviertel Nicht jeder Elf lebt in einem eurer Käfige, Templer Seid ihr mit ihm befreundet? Kennt ihr ihn? Wie ist er so? So wie seine Mutter ihn beschreibt, ist er wie alle anderen, die wir zum Zirkel bringen Voller Angst wegen seiner Begabung Besorgt um den Verlust seiner Freiheit Und überzeugt, er sei die Ausnahme von unseren Gesetzen Also niemand, dem man die Macht wünscht, andere mit seinen Gedanken zu töten Kein junger Mann sollte sich Dämonen alleine stellen müssen Erstaunlich, welche Sympathien Magier auslösen Ach nein Wenn wir Fainwiel nicht bald finden, ist das einerlei Entweder raffen ihm die Dämonen hin, oder aber weniger mystische Raubtiere Ich habe schon mehr als genug darüber gesagt Die Sache ist Angelegenheit der Templer, und wir kümmern uns darum Vielleicht könnte ich euch bei der Suche helfen? Ja Es ist nicht im Interesse des Jungen, wenn ich jeden abweise, der ihn suchen möchte Es gibt einen Templer, früheren Templer, namens Samson Er hat den Orden verlassen wegen philosophischer Differenzen Er hilft Magiern, aus Kirkwall zu fliehen Wenn Fainwiel bei ihm war, würde Samson mir das nicht sagen Tagsüber hält er sich versteckt Aber nachts habe ich ihn schon gesehen in der Nähe des Zugangs zur Dunkelstadt Oh, Fenris, du machst mich fertig Now Oh, Schande, ey Ihr seht aus wie ein Mann, mit dem ich mich einmal duelliert habe Mein Ruf als siegreiche Piratin hatte ihn ein wenig eingeschüchtert Aber er stellte sich tapfer der Herausforderung Ihr sagt, er sah aus wie ich? Es dauerte die ganze Nacht unter dem Sternenhimmel Die Wellen umspülten unsere Knöchel Am Strand also? In der Brandung? Wie konntet ihr da einen festen Stand bewahren? Konnten wir nicht Wir haben uns herumgewälzt Und als die Sonne aufging, waren wir völlig durchnässt und erschöpft Habt ihr gewonnen? Ich hatte letztlich die Oberhand Wurde es aber als unentschieden werden Er schreckt das nicht Traurig, aber er schreckt das nicht Ich glaube, ich habe etwas gefunden, das euch gehört Ich muss zur Kirche Ich will jetzt mal die Blutdrachenrüstung anprobieren Okay, den lassen wir mal weg Äh, ja Ich bleib erstmal doch dabei Sieht schicker aus Da drin gibt es unglaublich viele Kerzen für die Verstorbenen Muss man wirklich so viel Wachs verschwinden? Ist das jetzt ein Ernst gewesen? Eure Familie kann jetzt ruhen Ihre Mörder sind nicht mehr Verzeiht, aber ihr seid Mein Aushang an der Anschlagtafel des Kantors Hat ihre Gnaden ihn hängen lassen? Ich war sicher, dass ihn nicht einmal jemand lesen würde Aber ihr sagt, ihr habt sie zur Rechenschaft gezogen? Ihr habt meine ewige Dankbarkeit, Serah Es ist tröstlich, dass meine Familie nun in ihren Gräbern Ruhe finden kann Wer genau seid ihr? Ich bin Sebastian Vale Prinz von Starkhaven Ihrer Gnaden wäre es lieber Ich würde mich als Bruder der Kirche vorstellen Aber ich konnte nicht bleiben Nach dem, was meiner Familie zugestoßen war Warum haben die Feinde eurer Familie nicht auch euch gejagt? Deshalb bin ich ja überhaupt in die Offensive gegangen Dank euch sind diese Meuchelmörder der Flint-Gesellschaft keine Gefahr mehr Ich bin der Letzte meiner Familie Ich muss überleben, damit ihr Gerechtigkeit widerfährt Wer hat diese Söldner geschickt? Meine Familie hat seit sechs Generationen über Starkhaven geherrscht Wir haben Feinde, aber keine, die sich offen zu erkennen geben würden Ein entfernter Vetter von mir beansprucht jetzt die Herrschaft für sich Aber er ist ein wenig einfältig Er kann bei dem Komplott nicht mehr als ein Handlanger sein Ihr habt doch sicher eine Vermutung, wer dahinter stecken könnte Meine Eltern waren stets weise bei der Behandlung unserer Adligen Rivalitäten und Unmut konnten gar nicht erst entstehen Der Angriff muss von außen erfolgt sein Und unser wichtigster Handelspartner ist Kirkwall Ich kam hierher, um Unterstützung für meine Sache zu erbitten Und vielleicht einen Hinweis zu finden, wer der Drahtzieher dieser schmählichen Tat ist Hoffentlich bringt ihr Tod euch Frieden Ich danke euch Mehr als ich sagen kann Ich hatte wirklich nicht erwartet, dass sich jemand außer mir mit dieser Sache befasst Betrachtet das als Vorschuss Wenn ich mein Land wieder in Besitz habe, werdet ihr fürstlich entlohnt Entschuldigt mich nun Ich muss beim Wicomt ein Gesuch um Hilfe für eine befreundete Stadt einreichen Warum geht es bei euch immer nur um Sex? Geht es gar nicht Manchmal geht es auch um Sex mit anderen Seht ihr? Es kommt bei jedem Gespräch hoch, das wir führen Wir reden doch nur, Kava Wenn da was hochkommt, ist es nicht meine Schuld Was? Ich meine, das habe ich gar nicht gemeint Es passiert gar nichts Wie ich euch hasse Oh, verzeih mich, habe ich gar nicht gesehen Wie genial, ey Gesegnet sei auf wen des Erbauers Der Erbauer segne euch, mein Kind Ich bin Elthina, die oberste Klerikerin Kirkwalls Soweit ich weiß, seid ihr neu in unserer Stadt Die Situation in Feralden war äußerst bedenklich Aber letztlich hat der Erbauer doch alles zum Guten gewendet Es gibt hier ziemlich viel Gerede über die Kommandantin Was könnt ihr mir über sie erzählen? Tratsch ist eine Sünde, mein Kind Gerade ihr tut das doch Kommandantin Meredith geht ihren Pflichten mit bewundernswerter Hingabe nach Noch Und es ist nicht meine Aufgabe, über ihren Charakter zu urteilen Warum sind die Magier des Zirkels hier in einem Gefängnis des Reichs von Tewinta untergebracht? Ah, ihr entwickelt wirklich rasch Interesse an unseren Problemen Die kurze Antwort ist, dass es einfach ein Gebäude war Ein großes Gebäude Hätten wir es da etwa leer stehen lassen sollen? Die Kirche hat schlichtweg Verwendung für etwas gefunden, das einstmals ein entsetzliches Grauen war Einstmals ein entsetzliches Grauen? Ja, ich bin mir sicher, heutzutage ist es ein Ort voller Blumen und Glückseligkeit Es liegt in der Natur des Menschen nach vorne zu blicken und die Vergangenheit zu vergessen Selbst eure Verderbnis wird noch während unserer Lebensspannen zu einer fernen Erinnerung verblassen Ich habe einiges zu erledigen Möget ihr in ein drastes Licht wandeln Ja, 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 ja Glauben wir ja eh nicht dran So, das haben wir auch Oh, Verzeihung, ich habe mich gar nicht Ja, du siehst nie jemanden, komischerweise Ähm, so Jetzt da hin Besteht ruhig darauf, aber wie Count Dumas empfängt niemanden Wenn ihr Neuigkeiten über Seamus habt, werde ich sie weiterleiten Gut, dann sagt Dumas, dass meine Speer die Spur des Jungen und seines Entführers bis zur Verwundeten Küste verfolgt haben Ich jage sie jetzt mit einer ganzen Kompanie und erwarte dann bei meiner Rückkehr die Übergabe der Belohnung So viele für einen einzigen Kunari Ist das nicht übertrieben? Vielleicht ist er ein Talbeschoss Die Winters überlassen nichts dem Zufall Geht mir aus dem Weg Hätte ich jetzt am liebsten Bändchen gestellt Ja, was ist denn? Ich war wohl nicht die Einzige, die den Aushang gesehen hat Sieht so aus Und ich bedauere das zutiefst Wie ich den anderen schon sagte Wie kommt Dumas so und Seamus wird vermisst Wir vermuten, dass ihn ein Kunari empführt hat Wenn ihr euch daran versuchen möchtet, ihn unbeschadet zurückzubringen Bitte Ich habe den Winters und ihren gewalttätigen Methoden keinesfalls Exklusivität zugesichert Es gibt sicher Vermutungen darüber, warum der Junge verschwunden ist Warum? Was habt ihr gehört? Nichts, bis jetzt Es gibt keine gesicherten Erkenntnisse Er ist verschwunden und es wurde ein Kunari gesehen Die einzig mögliche Komplikation wäre, dass Seamus bekannt ist für seine mitfühlende See Er könnte an allem selbst schuld sein Aber dennoch ist er damit in Gefahr Die Kunari in der Stadt sind friedlich Bittet ihren Anführer um die Rückgabe des Jungen Der Arishok hat erklärt, das gehöre nicht zu seinen Aufgaben Ihre Rebellen, die Telvishoth, werden anscheinend ohnehin gejagt Für das, was sie sind Nicht für das, was sie möglicherweise getan haben Das ist für Seamus nicht gerade günstig Wäre das keine Aufgabe für einen Gardisten? Na und? Wir brauchen das Es gibt ja Bedenken wegen der Außenwirkung Wie Konk Dumars Gegner könnten das als Eingeständnis einer Kunari-Bedrohung werden Da immerhin die Stadt aktiv wird In diesen Zeiten steht man lieber vor dem Volk, als vor dem politischen Gegner schlecht da Ich sollte über die Konkurrenz Bescheid wissen Die Winters aus Nevara Ihnen ist es völlig einerlei, ob Seamus unbeschadet zurückgebracht wird Ihre Anführerin Sarah Guinness will unbedingt im schönen Kirkwall Fuß fassen Offengestanden haben wir von ihrer Art schon viel zu viele Der Junge wird schon bald wieder zu Hause sein Ihr dürft das gerne ankündigen, aber die Belohnung bekommt derjenige, der ihn unversehrt zurückbringt Ihr könnt das auch mit den Winters ausdiskutieren, solltet ihr sie treffen An der verwundeten Küste Jo, danke für den Tipp Hoffentlich vergisst du die Kontrolle nicht, dass du so mit mir sprichst, du mieser Bauer Guten Tag, Sarah Tschö Zuerste Opfer? Haben wir das noch nicht gemacht? Neu Quest, sprich mit Anders? Was will sie denn von mir? Es geht doch jetzt gerade um das erste Opfer. Ein perfekter Ort, um sich zu verstecken. Es überrascht mich, dass die Templer in dieser Stadt überhaupt jemanden erwischen. Stirmen! Du wirst sterben! Die Lehre soll dich holen! Zersnettert sie! Hab Dank für euer rechtzeitiges Auftauchen, Sarah. Mein Name ist Emmerick. Genau der Mann, nach dem ich gesucht habe. Ich muss mit euch über Ninette sprechen. Ah, Ghislaine de Kareks Gemahlin. Ihr Verschwinden hat meine Aufmerksamkeit erregt. Ich habe versucht, der Sache nachzugehen. Die Untersuchung war jedoch reine Zeitverschwendung. Habt ihr denn gar nichts herausgefunden? Die meisten sagen, sie habe einfach nur ihren Gemahl verlassen. Angefangen hat das alles, als Maren, eine der Magierinnen aus unserem Zirkel, plötzlich verschwand. Das kam mir seltsam vor, weil sie schon etwas älter und alles andere als abenteuerlustig war. Und dann habe ich von Ninette und zwei weiteren Frauen gehört, die vermisst werden. Wenn eine Frau verschwindet, bleibt sie entweder verschwunden oder man findet nur noch ihre Leiche. Ich hoffe, ihr irrt euch, meine Dame. Ich denke, zwischen diesen verschwundenen Frauen besteht ein Zusammenhang. Und ich befürchte, wir haben es mit einem Verbrechen zu tun. Magier fliehen doch ständig aus dem Zirkel. Vielleicht wollte Maren ja einfach nur frei sein. Sie war immer absolut loyal. Ein unbekannter Verehrer hatte ihr Lilien geschickt. Und einige von uns dachten, sie würde sich vielleicht mit ihm treffen. Vielleicht gibt es eine Verbindung zwischen allen Fällen. Nutzt der Zirkel denn nicht üblicherweise die Phylakterien, um seine Magier aufzuspüren? Wir sind ihrem Phylakterien bis zu einer Gießerei gefolgt. Doch dort ist die Verbindung plötzlich abgebrochen. Ich habe von einigen Sympathisanten gehört, die entflohene Magier durch die Dunkelstadt schmuggeln. Also bin ich hierher gekommen, um ihre Spur vielleicht wieder aufnehmen zu können. Ich habe allerdings keinerlei Hinweise auf Maren gefunden und mich durch die Befragung der Einheimischen ziemlich unbeliebt gemacht. Aber das habt ihr ja selbst gesehen. Habt ihr der Stadtwache von eurem Verdacht erzählt? Ja. Aber dort wurde mir mitgeteilt, dass es keinen Beweis dafür gibt, dass zwischen den verschwundenen Frauen ein Zusammenhang besteht. Es hieß, die Frauen seien eben einfach von zu Hause weggelaufen. Das geschehe ständig. Niemand verschwindet einfach so. Vielleicht wurde sie ermordet oder entführt. Wir haben weder Leichen noch etwaige Lösegeldforderungen gefunden. Diese Frauen sind einfach spurlos verschwunden. Kann ich euch bei eurer Untersuchung irgendwie helfen? Es ist nicht länger meine Untersuchung, Sarah. Aber ihr könnt sie gerne fortsetzen, wenn ihr möchtet. Dieser Kampf hat mir gezeigt, dass ich nicht mehr der Krieger bin, der ich einmal war. Ich weiß, wann es an der Zeit ist, Platz für andere zu machen. Hier. Nehmt meine Aufzeichnungen. Vielleicht könnt ihr mehr damit anfangen. Ich kehre in die Galgenburg zurück. Ich bin zu alt für das hier. Eine Gießerei in der Unterstadt? Dem sollte ich auf den Grund... Was hat Isabella denn jetzt für ein Problem? Ich werde auf der Frau nicht schlau. Ich werde auf der Frau nicht schlau. Ich werde auf der Frau nicht schlau. Ich würde auf der Frau nicht schlau. Ich werde auf der Frau nicht schlau.